Ich hätte zu den Tempelruinen reisen sollen. Ja. Ja, aber es ist euer ganz persönlicher Kampf, Keldon. Lasst uns nicht die ganze Zeit damit verbringen, darüber zu resonieren. Was sagt die Kirche denn zu uns beiden göttlichen Keldon? Gibt es noch Hoffnung für uns? Keine Ahnung ist zu sprechen, Keldon. Güte will erlernt, verdient und erkämpft werden. Sie ist nicht angeboten und ihr wisst das so gut wie ich. Machen wir mal das Mittlere. Es besteht immer Hoffnung, auch wenn ihr weiß, was die Zukunft für euch und eure Nachkommen bereitet. Ich habe mit meinem Orden Kontakt aufgenommen und ihn gebeten, die Prophezeiungen zu erforschen. Gibt es bald einen neuen Gottesmordes? Werdet ihr und eure Abkömmlinge in einem neuen Pantheon einziehen? Seid ihr für den Abyss vorher bestimmt? Ich wünsche dich für Sistelise. Die Abyss. Also die Abyss. Der Abgrund. Ich will nicht bei den Dämonen landen. Ich wünschte, ich fände ein kleines Landhaus, wo ich mich niederlasse und Brot backen oder mit Leder arbeiten könnte. Jedenfalls etwas anderes als dieses verrückte Leben. Wie viele von uns mag es geben? Was glaubt ihr? Nehmen wir mal das. Ha, wer kann doch die Zukunft vorhersehen, wenn schon die Propheten den Rätseln sprechen. Hm. Okay, dann laufen wir schnell mal zum Kotalas Haus. Jetzt müssen wir warten, bis der Rest hier ankommt. Das ist ein kleines Landhaus. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ich hoffe mal, auch er ist hier. Was möchtet ihr? Er ist tot. Lavoc, der Totenbeschwörer, ist endlich tot. Ich kann es kaum glauben. Ja. Der Schwur meiner Familie ist erfüllt und ich bin endlich sicher. Dennoch spüre ich kaum Befriedigung in mir. Ich hätte nie gedacht, dass es so sein würde. Könnte es sein, dass er nach dieser langen Zeit endlich erlöst wurde? Hat er wirklich gegen diese Dämonen gekämpft, um zu verhindern, dass dieser der Sphäre entkommt? Hätte er geläutert werden können? Wenn ihr mir diese Frage noch vor einem Tag gestellt hättet, wäre mir derartiges unmöglich erschienen. Jetzt aber bin ich mir da nicht mehr so sicher. Ich denke, dass ich vielleicht doch nicht alles weiß, was ich geglaubt habe zu wissen. Ich habe noch nicht so viel von dieser Welt gesehen, wie ich glaubte, gesehen zu haben. Das ist äußerst beunruhigend für mich. Ich würde euch gerne weiterhin begleiten, wenn ihr es mir gestattet. Wenn es so viel gibt, von dem ich nichts weiß, muss ich es erst entdecken und erfahren. Darf ich euch weiterhin begleiten? Ich würde mich freuen, wenn ihr euch uns anschließt, Valiga. Eigentlich nicht so wohl, wie ihr wollt, obwohl ich nicht versprechen kann, dass es für lange sein wird. Ich glaube nicht, dass es klug wäre, Valiga. Ich schlage vor, ihr findet euren eigenen Weg. Ich habe nicht das geringste Bedürfnis, nein. Findet euren eigenen Weg, Valiga. Dann werde ich in mein Heim hier in der Stadt zurückkehren. Wenn eure Meinung geändert, könnt ihr mich dort noch für eine Weile antreffen, bevor ich für immer weggehe. Ich wünsche euch eine gute Reise, mein Freund. Ja, das wurde nicht aufgeklärt. Valigas Aufgabe ist endlich erfüllt. Lavov war nicht so, wie er erwartet hatte und sorgte dafür, dass der normalerweise vernünftige Weitläufer-Mentin sie darüber nachdachte, was er erfahren hatte. Jetzt, wo der Nekoman tod ist und die verhühten Magier ihn nicht länger jagen, fragte mich Valiga, ob ich weiter mit ihm reisen dürfte. Ich habe das abgelehnt und der Weitläufer sagte mir, dass ich ihn in seiner Wohnung im Hafenviertel finden könne, weil ich ihn in Zukunft mal brauchen würde. Ja, aber das hier bin ich immer noch nicht losgeworden. Kann's editieren. Hm. Okay. Was ist jetzt? Gegrüßt, mein Freund. Habt ihr euch meinen Ansinnen, euch auf euren Reisen zu begleiten, noch einmal überlegt? Hm. Bleib ruhig. Ja, Valiga. Gut. 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 Well, eigentlich hatten wir mit seiner Freundin Sunaya geredet. Okay, Walkenpromenade. Wir können ja gleich nochmal in die Kupferkrone gucken, ob sie da wieder aufgetaucht ist. was immer ihr wünscht nachdem wir beim abenteurer allerlei waren unser inventar wieder geleert haben ist ein bisschen schade dass wir zurzeit nichts neues besonderes kaufen können weil es keine besonderen händler mehr gibt jedenfalls fallen mir keine ein ich meine handelstreffer haben wir alles abgeklappert wenn da was gewesen wäre hätten wir es gekauft hier gibt es nicht so viele händler aus hunter walken promenade und halt game baits persönlicher händler oh gott er ist erschöpft ganz ehrlich so haute schools solche rüstungsteile die er hier verkauft brauchen wir auch nicht unbedingt plattenpanzer plus eins der ist noch von uns wo fängt sein inventar an das ist ein bisschen blöd naja das ist halt bald es geht 1 er 2 enden tränke werden sind immer nett hier hier hätten wir ein kettenhemd plus 2 was nicht unbedingt nützliches plattenpanzer punk harnisch aber das sind alles sachen die wir sowieso schon bessere haben so das lange schild kann weg das ding kann weg die geister rüstung kann weg winterwolf pilz kasas buch kann auch weg die oga kraft handschuhe die kommen auf keinen fall weg du hast nur tränke die nicht weg sollten dein inventar ist voll mit verkaufszeug lehmungs bolzen sind nichts wert ok hier müssen wir erstmal identifizieren streitachs plus zwei beschützer des zweiten kann ich vom magium verwendet werden ist nicht so toll schlitzer plus zwei der vielleicht eher und streitaxt sowieso nicht dämonen herz das müssen wir irgendwie anders loswerden den feuer stecken können kaufen die luft stecken ich glaube aber auch die deutsche können wir verkaufen wenn wir nachher e-mailen wieder in der gruppe haben dann kriegt ihr eher ein schwert wie das hier zum beispiel ja die deutsche mal weg so joshimo erst mal das zeug hier verkaufen ich war noch nicht fertig du kannst den bogen sicher nicht verbinden ok ist geklärt minsk hat hier einen herz sucher der schlitzer kann was langbogen etw minus zwei schaden plus zwei ansonsten nichts besonderes du hast träger hält für neun sekunden einmal täglich zusätzlich minus sieben auf den etw hat ein etw minus vier sogar wenn dann lieb wenn dann den da so wo ist zeug dass wir loswerden können das sind die sachen hier das können wir verkaufen bei kate sieht alles ok soweit aus bei ihm auch bei ihr auch eigentlich gut man kann in ganz verruhen am besten im abenteuermarkt einkaufen dort findet man die größte auswahl die niedrigsten preise und keine bunten verpackungen jaja dann rennst du mal wieder hoch zu unserem auge verstaust die sachen dort also wir brauchen immer noch den gürtel dann können wir den superhaber bauen auf den ich mich schon ein bisschen freue euer wunsch ist mein begehren so das heißt jetzt zu gaelen bale zurück ihm sein honorar mal geben naja früher kurz in die kupferkrone gucken wobei ich mich erinnern kann dass ich mit ihr geredet habe und sie weg ist ja sie stand normalerweise hier aber ist nicht mehr da das ist nur anomen tja müssen wir wohl einfach ignorieren das war gegen bates haus das war gegen bates haus Dann geht es jetzt endlich mal mit der Hauptstory weiter, yay. Okay, es geht gleich mit der Hauptstory weiter. Ich will noch mal gucken, was der Händler hier oben hat. Pfeile, Bolzen. Kauf mal zwei Steckskugeln. Stab des Frostes, Schnelligkeitsöl, konzentrierter Heidrank, nicht unbedingt. Kettenhemd und Schienenpanzer, Schilde, Krummsäbel, Streitkolben und Morgenstern. Orbe des Reisenden. Nö. Ich warte, was immer. Munition haben wir genug. Alle Achtung. Ihr seid schon über 15.000 und braucht nicht mehr weiterzumachen. Meine Herren haben ihrem Herzen einen Stoß gegeben und werden auch mit nur 15.000 zufrieden sein. Das ist, wie ich finde, ein fairer Preis. Das ist, wie ich heute ist. Drei. Vielen Dank.